Bitte? Kennen Sie Joko und Klaas? Was soll das sein? Ja, da haben sie auch nichts verpasst. Das sind doch so zwei Spastis auf dem Fernsehen. Aber die haben mir gesagt, ich soll zu Leuten gehen und die umarmen. Und dann sind sie mit dieser Frau. Musik Hi, ne? Ich bin der Joko von NostarafoTV und heute wird gerangelt. Musik 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 Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut 1 Musik 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 Hey! Wissen Sie, wie ich diesen Abend bekommen habe? Warte, ich zeig es Ihnen. Ja, super, alles klar, Meister. Wissen Sie? Ja, wiss ich so fliegt. Rangeln! 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 Ihr seid doch immer so friedlich, wir müssen rangeln! Ja, wir sind friedlich, aber ich nicht, wir müssen rangeln! Ja, wir müssen rangeln, wir müssen rangeln, wir müssen rangeln! Wir sind rangeln, wir sind rangeln, von oben auf den Boden, und niemand kennt uns jetzt! Ja, wir müssen rangeln, wir müssen rangeln! Ja, ich bin 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 rangeln! Wissen Sie nicht, wie früher, als Sie mit Ihren Geschwistern gerangelt haben, das befreit den Geist? Unser Geist ist frei genug. Was für ein Schützer, cool. Komm, lass uns mal eine Runde rangeln. Lass uns mal eine Runde rangeln. Runde rangeln. Rangeln. Willst du rangeln? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, ist so serious. Hey, 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 hey.